Die Schweizer Beschaffungslandschaft ist mit über 40 Milliarden pro Jahr riesig. Da ist es schwierig, das Passende zu finden. Doch wer mit Intelliprocure sucht, der findet. Denn jetzt können die Ausschreibungen und Zuschläge analysiert werden. Du kannst alle Meldungen sortieren, gruppieren und durchsuchen. Oder stelle deine eigenen Beschaffungsthemen zusammen und speichere sie für die nächste Suche ab. Sobald du eine interessante Ausschreibung gefunden hast, kommst du mit einem Klick an detaillierte Informationen. Denn von vielen Ausschreibungen sind sämtliche Unterlagen verfügbar und können mit Volltextsuche durchsucht werden. Mit Intelliprocure weißt du nicht nur, woher die Aufträge kommen und wohin sie gehen. Du kannst sogar Diagramme zu deinen Beschaffungsthemen erstellen und Marktanalysen durchführen. Intelliprocure wird schon von hunderten Beschaffungsstellen und Anbietern verwendet. Intelliprocure – Intelligence im öffentlichen Beschaffungswesen